Bäm, hallo Leute, hallo Leute, hallo Leute, hallo Leute, hallo Leute, Gaming Nation am Start. Wir zusammen mit dem Kevin dem Kizuko, den kennt ihr bestimmt schon aus der letzten YouTuber-Special-Folge. Natürlich, es ist ja ein YouTuber-Special, also muss ein anderer YouTuber dabei sein. Und das ist der Illusion LP. Yo, hi Leute. Yo, der Max, also der war letztes Mal ja auch schon dabei. Die Folge habe ich schon hochgeladen, könnt ihr euch auf jeden Fall auf meinem Kanal reinziehen, auf seinem auch. Er hat es auch hochgeladen, den Teil 2. Diesmal ist es andersrum. Das hier ist der Teil 2. Ihr wundert euch, warum wir verreckt sind. Lange Geschichten. Die waren scheiße gespielt, sind gestorben. Die waren, die waren, die waren, die waren scheiße gespielt, sind gestorben. Ähm, ja, was will man machen, außer neu anzufangen, aber das kriegen wir hin. Ja, das ist nicht mehr normal, hier ist alles voller nackter Boys in der Mini-Base. Ja, also das war ja auch in dem ersten Teil schon so, beim Illusion. Also mich würde es echt interessieren, das waren doch bestimmt schon, wie viel haben wir getötet? Insgesamt 100, 100 Bambis. Und ja, schon so circa, also der Server ist voller Bambis und jetzt halt zwei Leute, die uns getötet haben. Stratford Militär Base hier, der Berg da. Da hocken die gerade noch, looten uns wahrscheinlich noch. Darum ist der Illusion-LP ziemlich da am Arsch, ne, Max? Ja, komm am besten mal rein, wir nehmen dich. Ja, mit was? Ich habe einen 16-fach Scope. Soll ich irgendwas mit dem werfen, oder? Nein, hier liegen Waffen. Okay, cool. Ich gehe in diesen Häusern. Gut, der Kevin ist gerade noch Kensington Campground. Seine Meinung interessiert keinen. Man sollte die Leute in Ruhe lassen, wenn sie einen getötet haben. Ja, wenn die einen fair getötet haben. Ja, obwohl das jetzt nicht so fair war, wie ich gestorben bin. War Pech. Sagen wir Pech, ja. Ich habe gedacht, ich habe nachgeladen, hatte nur drei Schuss und dann mit dem Mavistrike drei Schuss. Reißt man halt nicht viel. Könnt ihr ja selber mal ausprobieren. Drei Schuss gegen einen Giant. Naja, vielleicht klappt's. Ich wünsche euch Glück. Genau, dann komme ich mal zu dir, Illusion. Vielleicht können wir sie echt kriegen. Was hast du für Schusswaffen da liegen? Ja. Hier liegt noch eine Master Key. Aber ich glaube, es war noch eine Mavistrike Gamer, die hat die Moistrike genommen. Eine Master Key, da kann ich keinen Scout draufpacken. Okay, warte, ich bin auf dem Weg. Ich habe ein Messer immerhin schon. Und eine schusssichere Weste, beziehungsweise nicht komplett schusssicher, aber sie schützt auf jeden Fall ein bisschen. Jo, ich muss erst mal wieder spawnen. Ja, auf dem Server sind viel zu viele Leute mit einer Mavistrike. Ja, also, es ist auf dem Server richtig scheiße. Ach, in der Militärbase ist einer. Bist du tot? Du bist tot. Ja, das wird von einem Typen voll geliefert. Ne, Illusion ja auch. Ja, das sind die nackten Boys. Die nackten Boys. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Ich höre sie auch schon schießen. Da streiten sich hundert nackte Boys um eine so eine Ace mit zwei Schuss noch. Ja. Oh, ne, die sind voll. Alter. Als ob. Wir sind voll Equipte. Von wegen nackte Boys. Alter, jetzt sterbe ich zwar auch, aber. Holy, 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 holy. Ich habe Alice Pack und einen Chainser. Hab einen getötet, ich habe alle getötet. Ich muss nur die Zombies töten. Ich muss mich hier, ich muss mich hier. Wo sind die? Bei den Tankkanistern. Warte, ich brauche Healing. Ich brauche Healing. Oh my god, wir sind wieder voll, alter. Ich bin jetzt noch gestürzt. Da kommt schon einer. Der muss dir auch dran glauben, oder? Hab ich so gehört halt. Dass der dran glauben muss. Ja, komm mal rüber. Hier liegt's. Oh, ich wurde angeredet. Ach, liegt mich doch, man. Mr. Moon. Hey, looted da, looted da. Ja, der ist links von dir, links von dir ist der. Äh, wo ist der Typ? Alter, sehr viel Zeug. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wo der Typ ist. Der ist richtig am Ende, ey. Ich renne da jetzt rein. Da kämpfen grad richtig viele Leute um Loot, ey. Das geht hier richtig an. Bisschen zu dunkel für mich. Ja, da liegt irgendwo Night Vision. Ja, die hab ich jetzt grad nicht bekommen. Naja. Ich bin ja beim Tor, ich kann das jetzt verteidigen. Nein, ja, okay. Schreib mal dem Mr. Moon im Chat, dann ist er vielleicht ein bisschen abgelenkt. Und es vergeudet nicht seine Munition für Bambis. Ja, liegt dir was zu heilen? Ne. Ne, das ist das Problem, du musst... Blutest du? Ja. Du musst Cloth suchen oder mach dir aus irgendwas Cloth und dann heil dich schnell. Ich bin jetzt grad auf dem Weg, du musst nur ein bisschen Stellung halten, dann können wir da vielleicht was reißen. Okay, ich hab noch ein bisschen Prozent. Und? Ich hab grad gesehen, man kann sich irgendwie eine komische Pistole kwerfen. Ja, aber die geht glaub auch nicht auf jedem Server. Okay. Okay. Okay, hier kommen Zombies. Kannst du mir da vielleicht ein paar irgendwie... Abnehmen. Ja, warte. Wäre sehr cool. Thank you. Das sind so Drecks-Zombies. Ich brauch hier irgend so ne... Blunt Force, das schwör ich dir. Oh fuck, da ist noch mal ne... Ah, das Zombie... Danke, man. Leute, ich seh hier einfach gar nicht. Trümlich noch ein bisschen Loot, Essen. Oh, Gilly Top. Oh, noch nicht. Bleib ein bisschen irgendwie hinter irgendwas, weil... Nice. Wer weißt ja. Hier sind die irgendwo, die... ganzen Scharfschützen. Gut, ich mach mal alles hier zu Klaus. Hier drüben liegt noch... Ey! What the hell? Boah, man ist ein Sniper oder so. Hier liegt ein Alice, Kollege. Ja. Verpackt ey, komm, never. Kann ich sein, oder... Hier liegt ein Nightwish. Irgendwo hier liegt ein Nightwish. Ich hab ja nicht nämlich gestorben, ist aber viel verpackt. War da ein Timberwolf bei? Ja, ja, alles verpackt. Oder war das vielleicht... Dann sind das bestimmt die, die uns von gedrückt haben. Ne, die Timberwolf geht noch. Ne, das war nicht die. Ne, die war nicht die. Geh mal weg, hörts. Ja, weißt du das denn? Die schießen! Ah! Ich hab ne Blunt Force, wo? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ich hab Angst. Ich seh den Typ halt nicht, ne? Das ist richtig ekelhaft, das ist richtig ekelhaft. Ich vercamp mich jetzt mal hier mit dem Blunt Force. Äh, ne, mit der... Timberwolf. Oh, ne Schuss. Great. Ja, ich muss mit dem Blunt Force spielen. Aber der von mir hat er dich erschossen. Du musst wieder herrennen. Ah, ich wurde angehltet. Ah, von wo denn? In der Maple Star. Der will mich trollen, man. Ja, da oben, vom Berg, vom... überm Tunnel. Da bin ich gleich, dass er eine Schritt findet. Ja, genau, weil ich hab keine Long Rage Waffe. Ja, ich versteck mich hier gerade, aber... der wird runterkommen. Du bist nicht gestorben. Ne, ne, ich nicht. Ich werf meine Granate dahin. Ich... Ist er tot? Ne, ne, ich schieb's. Oh nein. Ich hätte ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich seh den nicht. Ich muss das... Oh nein. Okay, nice. Ich bin da. Ich komm jetzt schnell rübergerannt. Da liegt doch Zeug, ne? Klar, da liegt... Ja. Liegt da alles? Äh, ja. Liegt viel. Ne, ich hab nichts aufgenommen. Ich guck hier grad, dass der Typ mich nicht erwischt. Kevin, der ist irgendwo auf dem Tunnel oben. Vielleicht schießt er gleich auf mich, dann siehst du ihn. Der Typ sprayt halt richtig rein. Geh er denn laufen? Ich bin jetzt gleich da. Gönn den dir, Alter. Okay, ich hab ne Schaufield. Wo liegen die denn genau? Auf dem Tunnel aber kein Zug. Ah, ich wurde angeredet. Ah, ah. Hast du gesehen von wo? Tod. Äh, der Typ? Ja. Sag bitte nicht mehr Tod. Du weißt nicht mehr Tod. Ja, man weiß da nie, wer. Ich seh den, ich seh den. Der hatte Zeug ohne Ende, ne? Warte, der... Der ist eine Mitte von der Minibase. Äh, ne, ich nicht. Du bist doch in meiner Gruppe. Okay, ich muss jetzt irgendwie da reinkommen. Okay, ich hab ne Schaufield mit für'n Schuss jetzt mal. Warte, ist der da? Weiß nicht, oder was? Muss doch nicht. Ich seh halt nichts, ne? Ich muss mein Leben generieren. Was sag du denn? Mach keine Ahnung, ich komm mich da nochmal zu dir. Genau. Bisschen Zeug schneiden. Das ist glaub mal ein Fortschritt. Da kommt einer her. Bist du. Ah, ne Night Vision irgendwie. Night Vision, ja. Und ich glaub du brauchst mehr, weil bei deinem Monitor ist das noch schwerer zu erkennen. Ich komm gut prozentiger Simmer. Ich glaub. Und ich glaub. Guck. Guck, guck, guck. Guck. Oder? Egal, ich hebe einfach alles mit auf. Genau, und der auf den Bullshit einfach gleich weg. Jo, ich hab nur Aussicht, wenn du mir sagst. Ich hab noch so ne Maple. Die kommt ne gute Maple. Die Chainsaw kann man nicht aufgeben. Die liebt gar nix mehr. Warte, warte, da war da grad einer, ne. Musst du gucken, was verpackt ist und was nicht. Ja. Na gut, das ist ein Timowulf-Magazin. Dann sehen wir, da ist doch was drin in der Mason. Ne, hab ich gerade rausgemacht, oder? Echt? Okay, dann ist das so. Und ne Granate. Okay, also wir haben auf jeden Fall mal was für ein Anfang wieder. Ja. Ich nehme jetzt einfach die Granate in die Hand und dann... Und dann spray ich da irgendwo rein. Jo. Wenn jetzt einer in Form liegen würde... Okay, warte mal, hier essen. Essen, essen. Okay, ne, hier ist nix mehr los. Oh, passt da nicht. Ah, ich hab ne Avenger. Shit, helfen wir was mit den Zombies. Wer? Hier liegt noch Stuff. Hier liegt sie hoch, Leute. Gaming Nation. Hä? Ich brauch Hilfe. Ja, warte. Ich brauch Hilfe. Okay, dann komm mal zu mir, komm mal mir entgegen, komm mal mir entgegen. Ich nehme die Zombies hoch. Ja. Was ist da oben, Kevin? Nix. Nix. Einfach ein bisschen schießen. Wo sind da Zombies? Ich hab die Zombies getötet. Hinter mir. Hä, wo sind die hin? Ach so. Ich hab die getötet. Ach so, danke. Hä, wo sind die hin? Ja, wo sind die hin? Avenger. Ja, wow. Okay. Deine Tastatur rastet wieder voll aus. Sorry. Aber wir gehen am besten nach Stratford, würde ich sagen, oder? Iiii... Nein, oder? Wollt ihr echt nach Stratford? Da waren die Typen vorhin. Ja. Vorsicht hinter dir. Dann noch ein bisschen Equip wieder. Bam. Ja, also diesmal könnte ich sie... Ja, gehen wir mal hin, vielleicht finden wir sie. Kevin, kommst du? Oh, Giant. Warte, ich nehm den... Ich nehm den Bug. Ich nehm den Bug. Hey, da ist einer rechts. Wo? Warte, warte. Der hat ein Stacheldraht, der tötet dich mit dem Stacheldraht. Nein, bestimmt. Nein, was machst du mit dem Giant? Du musst... Weißt du, wohin? Hier hin. Du musst da drauf. Hier drauf hüpfen. Hüpft drauf schnell. Hüpf, hüpf. Du musst, äh, Parcours genommen da aufzukommen. Ne, ne, das geht auch schon. Funktioniert das? Ja, jetzt schlagen. Okay, äh... Ja, ich hab halt nix zu schlagen. Äh, ich droff dir mal einen Knife, Ate. Ja. Nein, ich hab keinen Knife. Scheiße. Dann, warte, ach... Du sagst die Kranze, der Sternwälder, ne? Ne, lass mal. Dann, äh, schießt mit irgendwas Unnötigem. Ja, das könnte ein bisschen dauern, oder? Ne. Der stirbt relativ schnell. Ich weiß nicht, ob ich dir auf meine Avenger verbrauchen könnte. Der ist schon tot, ja. Ja. Nein. Dein Ernst. Ich kann das sogar... Links von dir. Da läuft irgendwo einer. Ne, das ist Kevin. Kannst du dir was machen? Links von mir läuft jemand? Komm mal her, komm mal her. Hast du was? Ne, ich kann mir nichts machen aus dem grünen Zeug hier. Ja, kannst du nicht. Okay, du bist... Ah, der Schrotze. Wo? Wer? Ich hab keine Bandage. Du musst irgendwie mit Kevin. Kevin hat bestimmt was. Ich höre mich. Da lootet einer, warte, da lootet einer. Boah, ich seh null. Vielleicht bleiben wir noch nur 2% übrig. Wie viel Leben hast du noch? 12. Ich vermute. Unwahrscheinlich. Scheiße. Nein, dann geh irgendwo sterben wohl keiner. Nein. Nein. Ja, das ist scheiße, ja. Ja, ich bin wieder da geworden. Ja, also. Cool, jetzt haben wir eine Maple gedroppt. Oh, der hat mich getötet. Ich sterbe, ich sterbe, ich bin tot. Wer? Warum? Wer hat dich getötet? In Charlotte Town ist einer mit einer Martha Morris. In Charlotte Town? In Charlotte Town? Ach, in Charlotte Town, sorry. In Stratford. Oh, der Typ von vorher, der hat meine Martha Morris repariert. Komm, wir müssen da rüber. Ich brauch noch irgendwas zum Schießen. Ich hab was, komm her. Wo sind denn diese ganzen Timberwolves und alles, die da sind? Ja, die hab ich, aber die hat ja keine Prozente. Beziehungsweise Magazin. Okay, warte. Wo sind die da genau? Das müssen wir wissen. Na, am Strand. Relativ weit unten am Berg. 2. Weißt du nicht, ich wurde von einem getötet. Warte, hier lag doch ein Timberwood-Magazin. Genau das brauch ich. Okay, komm mal her. Ja. Du kannst Granaten-Attentat machen. Ja. Ja, okay. Das ist eine Kartoffel. Oh, rein, man. Ja, Kartoffel-Attentat. Hier, hier, liegen vier Granaten am Boden. Ja. Die Timberwolf hat vier Prozent. Soll ich mit der spielen oder mit was anderem? Wenn du noch Schuss hast? Ja, klar, aber hier sind Granaten, hey. Warte. Oh, das wird last. Hier, warte, nimm noch das hier. Nimm noch das hier und das hier. Okay. Okay, wir gehen zu denen. Ich nehm die Timber mit vier Prozent. Hab zwei Schuss. Warte, ich kann glaub sogar reloaden. Vorsicht vor den Zombies. Okay, der Zombie ist schon mal weg. Und dann lade ich, ich muss kurz mein Magazin reloaden. Ach, kann ich nicht mal. Wow. Okay, am Strand. Am besten schießen wir gleichzeitig auf einen. Ja. Sollten wir die Typen sehen. Sind die, äh, hey Kevin, da nicht was zu tun. Ah, ich da rechts oben am Berg, rechts oben am Berg. Wo? Ich schieß, warte. Hab nicht getroffen. Hab ihn getroffen, einmal gehittet. Ich bin tot. Nein. Meine Timber macht kein Damage, Alter. Hau den weg. Mich auch. Ich konnte den gar nicht sehen. Ich hab den auch ganz schlecht gesehen. Also irgendwie. Es ging richtig schlecht im Scope hast du den nicht gesehen. Es war echt dunkel. Echt ein Problem sowas. Ein richtiges Problem gegen diese Wichser. Ich komm darauf einfach nicht klar, ne? Also, sorry Leute, dass wir jetzt wieder gestorben sind, aber ihr habt ja gesehen, das geht einfach nicht. Auf dem Server gibt's einfach nur nackte Boys oder Profis. Ja. Ja, das liegt einfach an diesem, ähm. An diesem Kit, ja. Ja, das ist richtig übertrieben, finde ich. Ja, also das ist so langsam dann schon, wird's zu viel. Ich, äh, bin jetzt hier noch gerade Fire Station. Vielleicht kann ich sie hier mit der Axt da schlagen. Ah ne, ich hab ne Cobra hier sogar. Okay. Rush ich die jetzt mit der Cobra mit 13 Schuss. Damit hab ich auch schon mal was gerissen, ne? Geht schon. Die Typen, die sind halt im Berg hoch. Das ist richtig geätzend. Okay, oh, hier ist der, hier ist der. Echt? Am Strand? Hey, Max. Am Strand. Ne, du bist ja gar nicht gescheit am Strand. So, oh, hier, hier kommt, hier kommt hier ums Haus rum. Ja. Okay. Tot. Oh Mann. Als ob, Mann. Krass, wir sollten bei den Farmen uns ein bisschen Loot holen. Shit. Oh Mann. Wenn wir den, wenn wir den töten, dann... Oh, ich hab heute mit den Granaten auf den werfen müssen. Ja. Die hätten ihn zerfetzt. Je nachdem, ob er ausgewichen wär. Ich seh den Typ glaub, äh, klasse ich den. Es sind zwei. Ich geh mit der Cobra auf die los, vielleicht töte ich einen. Jo. Sind die am Strand, oder? Ne, ne, hier, bei mir, genau bei mir jetzt. Wo mein Name ist. Du warst auch der Typ, der ist dahinten bei dieser 15er. Ja, ja, die sind da jetzt. Warte, ja, ja. Da, ich seh sie. Wenn ich meine Schuhe... Jetzt wär eine Granate so nice. Ich könnte beide auf einmal weg springen. Ja, guck doch, vielleicht ruhen wir eine da noch. Die looten dich ja gerade. So. Ne, 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 geht nicht, sorry. Die Cobra hat zu starken Spray, ich hab nur, glaub, zweimal getroffen. Scheiße. Ne, 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 geht nichts. Da geht nix. Ohne eine Sniper. Es war halt auch scheiße, dass die Timberwolves so wenig Prozente hat. Ich hätte sie trotzdem nicht getötet, weil ich ihm echt keinen Hedger gegeben hab. Doch, äh, Timberwolves hat nur weniger, äh, Schaden, wenn die bei 4% ist. Echt? Bei 4%? Aber die Matamorals? Bei 4% macht die trotzdem mal nicht die Hedger. Die Matamorals? Matamorals heißt sie nicht. Aber Timberwolves weiß sie nicht. Ja, weil ich hatte ja vorher die Matamorals und dann hab ich mit der ja dem Typ 4 Hedgerds gegeben. 4. Der ist nicht gestorben und die hatte 15%. 15. Ich bin genau da gespawnt. Schade. Attacke. Die sind nicht mehr hier. Doch. Irgendjemand schießt das. Meinst du nicht? Ich probier auch da oben zu spawnen. Sind wir da in dieser Base gestorben? Oder wo war das? Nein, du musst in die Militärbase und dir da jetzt ne Waffe holen. Ne, sag mal, sag mal wo die sind, ich hab ne Hongkong und ne Auto. Da wo Illusion ca. steht. Das ist ja ne Cobra, ja ne? Ja, ich hatte ne Cobra, ne Axt. Oh nein, nein, nein bitte nicht. Sind die da? Mhm. Hey, Kevin, hier. Ich hab nur noch 1%. Ja, ok. Hast du einen Scope? Hm, so ein hässliches Nu. Iron. Oder Selfmade. Nein, 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 so ein... Selfmade. Nein, auch nicht. Sieben. Siebenfach. Nein, auch nicht. Halt, so ein Einfluss. Das ist ja... Du wirst mich trollen. Ich hab nen Red Halo-Side. Ah, ok. Ja, ok. Ne, ist scheiße. Das ist ja... Gericht der Scope im Prinzip. Ja. Zoomt ja nicht. Vielleicht hat jemand mit Martin Morris geschossen gerne rein. Ja, das ist der Typ. Der hat die Martin Morris repariert wahrscheinlich. Sonst könnt ihr das einfach... One-Hit mit der... Lass alle zu drücken. Vielleicht geh jetzt hier erstmal mir wieder Lüt holen. Ich weiß ja, wo's hier noch Lüt gibt. Ok, ich hab ne einen Schuss Maples Strike und ne Granate. Es muss reichen. Nice. Versuchst du erst mit der Granate. Alter, dann. Ich muss mich bei den anschleichen und dann die Granate werfen. Ja, so gut, ich bin da. Wo ist diese Base? Wo ist diese Base? Das ist einer. Oder fährt jemand? Die haben diese Base in die Autoräne gehauen. Nein, da sind die... Ich bin froh. Da sind die... Die sind dann... Lass mal die ganze Zeit da rum... Lass merken langsam die ganze Zeit zu sterben. Was ist das für ein Auto? Ich kann die Granate nicht ausrüsten. Das ist doch dreckig. Die sind grad, glaub ich, weggefahren. Nein, sind die? Ne, da oben sind die da oben. Die kämpfen dann noch, aber ohne Munition kann ich da nix machen. Oh, die haben meine Waffen weggefahren. Warte mal... Ach, hier ist voll viel Zeug. Ja, hier ist kein Schuss, äh... Kobra. Der fährt mit dem Auto. Ja, der hat sich doch nicht gefahren. Das war wieder der eine mit dem komischen Auto. Guck dir das mal anders an. Ok, ich bin da. Ok, ich hab auch Bandagen und Munition für eine Piste. Bist du hinter der Millibase? Ne, ich bin in der Millibase. Ich lade kurz meine, äh, Ding nach, meine... Ich hab ne, äh... Ich schieße. Mabelstrike M4. Oder hinten ist ein Feld, das bei mir hat. Mit 18 Schuss. Ich hab 18 Schuss in der M4. Ohne Scope. Mit ner Pistol noch. Und ner Granate. Nein. Komm mal hier zu mir. Da oben... Ich, 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 ich... Ich schleich mich bei denen ab und an und töte die mit der Granate. Warte kurz Illusion. Ich glaub nicht, da... Ich glaub die rennen schon weg über die Granate wieder. Ne, ich schreie in, äh, Altjet irgendetwas. Dann hören die, die nicht werfen. Und auf dem Gras sieht man die normalen Fliegen. Warte kurz Illusion. Ich muss mich halt anschleichen. Ja, und dann müssen ich sein. Ja, also wo sind die da genau? Oh, der ist da hinter so'n Baum. Hast du uns Go? Hast du uns Go? Die sind eigentlich direkt bei mir. Nein, ich hab gar nichts. Die sind direkt bei mir. Echt? Links, rechts. Willst du mich... Also da, wo ich grad hingehe. Willst du die Granate nehmen? Warte. Nimm du die Granate, bitte. Wo ist diese Cobra? Ne, ich bitte. Der hittet dich. Wo ist der genau gewesen? Da ist so'n weißer Baum da, wo ich war. Da müsste der sein. Jetzt kommt hinter mir ein Naked, alter. Und puncht mich und ich muss meine Deckung verlieren. Ich schlag mir jetzt mit'n Hammer. Jetzt werde ich angehittet, als ob... Dieser Drecksnake, ich bin tot, man. Nur wegen dem. Ey, das kann's nicht sein. Das kann es nicht sein. Ey, ne, auf sowas, auf sowas komm ich nicht klar, ne? Auf sowas, auf sowas komm ich einfach nicht klar. Ich... Der hat mich im Rückwärtsgang überfahren. Ist da nur noch einer? Ich fang mal sonst von vorne an, die Sachen wieder zu kriegen. Ja, ne, die Folge geht jetzt eh nicht mehr so lang. Ich probier's jetzt noch einmal. Sollte es gehen? Yay. Sollte es nicht gehen. Oh. Ja, mal schauen, vielleicht. Egal, wenn wir die killen, dann haben wir was erreicht. Genau. Und wenn nicht, dann... Wir haben auch in der ersten Folge was erreicht, dann war jetzt halt die zweite Folge von mir jetzt nicht so... Der Burner, weil wir halt zwischendrin gestorben sind. Aber was will man machen? Es gibt nicht immer nur geile Folgen. Naja. Äh, sind die bei dem roten Auto ja klasse, die das fährt. Ja. Du musst einsteigen, Alter. Das ist... Kurz Schluss. Die fahren weg. Warte. Stopp. Ich trage die Aufnahmen. Ich hab'n Messer. Oh nein. Nein, nein, nein. Der kommt. Der kommt. Der ist so... Hä? Was ist das für'n Auto? Da hier. Ich nehm' den von hinten. Jetzt. Alter, was haben die für'n krasses rotes Auto? Hab' ihn. Da ist einer hinter dem Auto, der zielt auf dich. Nein. Wo hast du auf ihn gezielt? Scheidemann. Nee, ich hab'n... Liegt... Liegt da Loot irgendwo? Ja. Alles. Wo? Der Typ zielt auf dich, der eine. Ich... Ich versteck mich jetzt. Hinter dir kommt Naked. Naked. Der wohnt mich vorher. Ich räch' mich an dem Naked. Der hat mich vorher verraten. Der kommt Naked und das Auto. Ich geh'n jetzt hier. Der Naked hat das Daff. Der Naked. Der hat ne Waffe. Als auf nicht nochmal. Ich bin tot. Ich bin... Hast du's Loot? Ja. Ich hab alles hier. Ich hab' die Timber holt. Die Harddown. Dann töte jemand. Ach, schieß die. Ey. Okay. Ja. Ja, bitte. Warte. Kurz. Scope auf die Timber. Die wissen glaub' ich nicht, wo ich bin. Ich bin genau neben dir gespawnt. Gib mir ne Waffe. Gib mir ne Waffe. Gib mir ne Waffe. Irgendeine. Ich hab... Zu zweit sind wir besser. Den Hardcount. Achso. Hier. Die kannst du nachladen. Jawohl. Okay. Gut. Dann mach du weiter. Ich hab... Ah. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich nimm die Timber und camp um die Ecke. Ich camp um die Ecke. Wo ist der genau? Du hast ein 16-fach Scope drauf. Ich werde angehittet. Als ob. Als ob. Ich hatte einen im Visier. Die waren zu zweit. Kein Bock. Ne. Never. Schluss aus. Ende. Wir haben den ein... Einen Typ gekillt. Ja. Wir haben sie auf jeden Fall ein bisschen hingehalten. War jetzt nicht so die brutale Folge. War jetzt nicht so das brutale Skilly-reli. Skilly-reli. Skilly-reli, ja. Skilly-reli. Ähm. Naja. Was will man machen? Aber vielleicht... Es war auf jeden Fall cool. Hat wieder Adrenalin. Ich hoffe ich schaue auch. Wir haben zwar nicht gespielt. Aber es war cool. Es war cool. So das war dann das Special mit dem Illusion. Bestimmt machen wir nochmal was zusammen. Schaut noch auf seinem Kanal vorbei. Abonniert ihn alles in der Beschreibung. So Leute das war es von unserer Seite. Dann sagen wir nur noch Ciao und bis zum nächsten Video. Yo. Ciao Leute. Ciao. That's right.